Hallo, heute zeige ich euch, wo ihr Bernstein findet. Zuallererst wollen wir zur Düstertickestwarte und hier drüben haben wir ein Vorkomm. Und da auch noch eins. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Springt einfach vom Turm Richtung Osten und fliegt nach unten ins Miasma. So, und an dem Stein finden wir Bernstein. Baut einfach hier was ab. Und denkt daran, solltet ihr mehr wollen, hier drüben findet ihr auch noch ein Vorkommen. Und das war's schon. Wir sehen uns im nächsten Video.